einen wunderschönen guten tag zu einem weiteren let's play the forest bei mir ist wie immer der chris und ihr wundert euch bestimmt wo er ist er steht hier hallo ja mal verkehrte sicht also wenn irgendwas falsch läuft oder nicht so ganz wie gewohnt dann ist der christ schuld sein oder so vorgibt oder war jetzt ein stehen geblieben ich hab da mein holz im lager legt der boden der ist noch nicht fertig okay ja passt jetzt so ja der ist schön oder das ding anschalten instabelt fertig das hatte ich vorhin auch ich hab ein bisschen gewundert aber im wald liegt noch ein paar schön ist gerade so gewohnt jetzt gerade wir können vielleicht erstmal ein trying rack oder sowas da hinstellen irgendwo ja lagerraum oder so weil welche raum nehmen wir denn das lagerraum das ist eine jude frage ich kann holzmehr ist weggespawnt so wie es aussieht ok warte mal ich schau mal ich halte mal eins weil das holz im kachelofen ist wieder ganz ich würde fast sagen wir nehmen vielleicht hier drüben warte mal da war doch irgendwo das ist unser lagerraum oder das ist unser lagerraum hier hier ich glaube ich beim fenster rausschauen was ja der ist geil der ist perfekt geeignet zum lagern von utensilien oder stimmt ja doch super okay dann brauche ich mal auch so ein train macht platz wurde ja ich pflaster weil die ganze reihe zu soll straßen so schildgrönen dinge hinsetzen ich wollte gerade sagen die baue auch rein aber das bringt ja nicht viel ich weiß nicht aufs reinringen keine ahnung dass das überhaupt du kannst mal schauen ob man die hier vielleicht vors fenster bauen kann dass man dann trinken kann eins direkt vors fenster die dinge hängen jetzt so ein bisschen dem dran ist doch egal da geht mir raus gerade fertig ich bin der boss also und sie fallen lassen hier das buch auf denk mal das ist ja unser lagerraum also der haben wir ja auch so holzteile hinterher und für steine also ja ja dann sehen ob man die auch voll machen kann die dinge ja ja das würde ich dann aber jetzt nicht mehr schieten doch kacke bereiten alles vor und dann wird ganz normal weiter gespielt also vier stück reichen oder ja locker okidoki also ich muss jetzt mal da das auf ich hoffe das funktioniert überhaupt mit dem das wird schon funktionieren schätze ich kannst du mal dein ganzes fleisch drauflegen und magst ich habe nur leider nix das inventar ist voll brauchen wir eigentlich so lockholder ach ne die machen wir unten lassen wir das fenster frei fenster wieder frei lassen dass man ein bisschen rauskommen kann unser naturbursche wenn wir ein fenster raus schauen können ja was sind das hier alles dreimal stein und das ist ja schön wo das brauchen wir noch was gibt es denn überhaupt noch was gibt es denn überhaupt noch was ist das ja genau die ganze so warte die ganze medizin scheiß und so was snackbar und so ich bin gerade dabei sehr gut da will ich mal was ausprobieren letzter es ist ja schön das ding ist schief so ja schau halt ja ach so willst du den bauen ja warte so halt weißt das so so gegenüberstehen weißt gute idee gute idee das hier dann einfach schön ausfindig ja gut du hast die da drüben reingedroppt ja ist doch egal oder hauptsache sind drin also vollkommen latte ich muss ein paar aloe vera essen so was brauchen wir noch sonst weppen oder so was vielleicht am besten brauchst du dann noch so zwei stück hin und dann noch neben oder was ja ja genau ja nur noch zwei medizin streng am besten und geil das jetzt so hier so kann man die eigentlich auch oben drauf noch mal stellen dass hier so ein hochregal ne kannst du nicht sehr hart das ist eine dumme idee eigentlich was ja da wollte ich gerade so ein dummer vogel auf meinen finger setzen während ich das buch aufgeklappt habe und da hing der mit dem kopf so aus dem buch raus also gut ich baue das mal fertig noch hier jo soll ich die die medizinregale nebendran gleich setzen oder ja mach die gleich nebendran ja dann spauen erwarte bis ich das zweite hab ja das ist ein bisschen schief geworden warte mal ach komm jetzt es dreht so saulahm oh ne jetzt schon wieder so schief in der ganzen folge drehen sich nur die regale über mir ja so gut jo noch mal daneben ran oder ja ja mach ruhig so ja ich guck mal ins schlaue buch was wir noch so bauen können ich wäre ja echt dafür dass wir da vorne irgendwie so dings aufbauen ja ich sag mal so abwehr abwehr jungs katapulte auch und dach ja und man wir bräuchten hier noch lichter auf jeden fall hier drin und wir brauchen noch ein paar explosiv holter oder brauchen wir auch ja hey wir müssen nichts an die decke hängen was ist da los also ich baue hier mal ein paar lampen rein ne ja ja so wir müssen ein bisschen licht kriegen hier also die werden jetzt die sind jetzt nicht komisch irgendwie angeordnet oder so jetzt einfach so wie sie kommen ja es passt doch naja genau diese weppenrack warum ist das ding so weit weg von mir keine ahnung ich weiß jetzt auch nicht ob ich den richtig hinsetzt oh nein ich habe schon wieder verbauten die steppe ja 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 das ist richtig auf jeden fall logisch doch ja da rein ja ja was kann man da jetzt machen ach da kann man jetzt die achse anhängen oh cool geil hey was was ich mir grad vorstelle aber da kann man nur so explosiv draufhängen oder so was immer in die höhle sieben reinlaufen die moderne achse holtern hängen ja wenn einer stirbt dann hängt die gleich da weißt ja wie viele vögel fliegen wir auf die finger ist jetzt der dritte ging durch die wand durch ja voll ich hab schon wieder guck mal neun baumstangen ja guck mal ob das schon durch ist ja gleich ich geh gerade in den trümpel da vorne und will mich abwaschen also gut ich bin auch total voll der Soße ich bin total am Ende Ausdauer ist unten S ist unten Ah es hängt jetzt sagt ok es hängt er ist hat gerade ein bisschen gehangen als ich im Wasser lag so der kann sich nicht ducken wenn ich ach jetzt und wieder sauber so gehe ich überhaupt richtig eigentlich schon pfff Lass mich schon mal hintersehen will ob wir auch hinten an dem heiligen Baum spawnen irgendwann kommst du mal bitte zu mir wo ist zu mir äh beim eigentliche Haus ja was ist da ein paar Gegner und ich habe keine Ausdauer ich kann nicht schlagen das hängt gerade voll bei mir das hängt gerade voll bei mir au Hilfe hier wie du läufst ey das geht gerade irgendwie gar nicht so hallo woo au wa was ich mach gleich Godmode an Freunde da hängt einer aua aua ja ich hab's gleich ich noch wie gesagt nur schnell ein paar Sachen von hier dran dann bin ich wieder fit sehr gut und wie sieht es aus ja immer frei bin ich das soweit voll da halt weil ich wollte den garten abflügen ja hast du was zum reinsetzen ja ich habe alle wäre sagen mal rein am besten ja perfekt ich habe gar keine mehr glaube ich aber hier ist auch schön eigentlich gell ja freilich ist ja schön ich habe auch keine samen der tennisplatz hinten der unfertige ich kann das kleine fleisch gar nicht dahin hängen oder so ich kann ich im fleisch kann ich da glaube ich gar nicht hin hängen hast du es mir gerade aus der hand genommen du bist so ein scheiß cheater ja komm jetzt lassen wir uns im haus zurück gehen oh der hat sich nicht bewegt sehr gut ein bisschen fleisch sammeln hier ja stimmt wir brauchen fleisch ne ja ich bin mal das katana und renn mal hier ein bisschen rum naja stimmt mit dem schwert geht es schneller haha äh er nimmt bei mir also keine ahnung das habe ich schon seit längerem wenn ich ein Viech töte ja dann nimmt er das auf aber die leiche liegt noch am boden echt ja ich habe keine ahnung was da los ist aber ich glaube dieser hasenbuck der geht bei mir gar nicht mehr ja fast schon wenn du so Viecher suchst hast du keine chance findest du gar nichts mehr doch ich finde hier voll viele hier ist alles voll bei mir wo ist es bei dir wo äh da bei 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 dem loch ein känguru oh ja hier ist auch was ja lol die Viecher wo du tot ist kann ich nochmal aufheben ja weil die bei mir total verpackt sind da vorne ist ein toter Loch zum beispiel wo hier so cheater jetzt lass doch mal den scheiß sprengen ich finde das aber geil das stimmt tatsächlich und da ist ein hase hier äh ich hab bloß den kopf in der hand ich mach mal den sprung jetzt weg ja das reicht jetzt erst einmal bei mir ich geh mal zum haus zurück oh guck mal da was das eins der matschstil lol geil komischen oh gut mach mal ein stück schon noch vor hehehe nein ich geh da net vor hehehe hat's mich einmal total gerissen ne er ne bloß dich mich reißt es ja jedes mal ach was so oh das ist ein Reh, das ist ein Reh, das ist ein Reh viel Erfolg ich häng jetzt erstmal mein Zeug auf da muss man auch mal gärtnern hier da muss man auch mal gärtnern hier da muss man auch mal gärtnern hier da zur Zeit ist es ziemlich ruhig mit den eingeborenen speziell die Menschen bleiben aus ja also ich ja das ist einfach weil wir äh 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 uns nicht auf dem Boden rum treiben denk ich mal wir sind ziemlich weit äh also wir sehen uns nicht weißt du ja weil wir so hoch sind achso ich hab grad keines in der Hand lalalalalala na gut ich glaube wir haben erstmal genug gesehen ne ja für dich verfressen wird's reiche ne ich kann das klar dir nicht anhängen ich hab gesagt für dich verfressen wird's reiche ja jetzt jetzt zieht der Depp das Tauchergerät an ja jetzt zieht der Depp das Tauchergerät an ja gut es ist wieder mal Zeit dass wir jetzt au au ey boah ich hab einiges an Fleisch hier ey da hat das Ding schon wieder in der Hand ne passt schon hey komm her ja Moment ich häng grad Fleisch auf oder ach Gott pecker wild was aussieht ey so warte denn ja ich hab meinen Kartana hängen gehängt komm her Arigato Amen Dalleim Christi Amen so bleiben wir kurz hier sagen wir machen wir heute nur ein bisschen kürzere Folge ok ok das ist nicht so lange dauert zu rennen und so ja und äh ja wir müssen noch ein bisschen vor produzieren ja und alles noch fertig kriegen und ja äh war sonst noch irgendwas zu erzählen eigentlich nö wenn nur das wird dann irgendwie Mittwoch, Donnerstag und Freidag nicht daheim sind beide aber es ist noch nicht ganz dicht das Haus ja irgendwo tropft es durch hier gell neu guck mal hier oben das ist so ein Wabenmuster weil die zwei Dinger ineinander übergehen ja sieht doch cool aus ne ja genau da tropft es dann durch ne ne oder? ne das tropft hier irgendwo da da hat es durchgetropft hier bei dem riesen Spalt naja egal ja wir sind gerade wieder vom Thema abgekommen ja ja also wie gesagt wir machen heute eine kürzere Folge ja weil äh wie gesagt das ist ein Ben sein erstes Mal hier gerade wo er aufnimmt und da wollen wir erstmal gucken dass er alles gefunst hat und dann äh wird es dann morgen wieder eine längere Folge geben wahrscheinlich ja ja auch wieder von Ben seiner Sicht wenn ja wenn es funktioniert hat ja genau ja es muss funktioniert haben sonst gibt es diese Folge nicht ja klar also ich hab nicht aufgenommen ja alles klar Rave dann äh bis die Tage Tschüss